Ja, ein Hallo! Vom zweiten Tag hier an unserem Elsterstrand in Gera. Richtig was los, die Leute kämpfen um jeden Quadratmeter Sand. Es wird also angenommen, so eine geile Party heute Abend. Das war's für heute Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020